Jessica und Johannes Haller ziehen aus ihrer Villa auf Ibiza aus. Das Paar, das sich 2017 in Jessicas Staffel von Die Bachelorette kennenlernte, in der Johannes zunächst nur Zweiter wurde, wanderte erst Anfang 2022 auf die sonnige Insel aus. Seitdem ist in der eigentlichen Traumvilla aber so viel passiert, dass das Paar dort nicht mehr wohnen will. Nicht nur das in dem knappen Jahr, in dem Jessica und Johannes dort wohnten, gleich zweimal bei ihnen eingebrochen wurde. Das Paar wurde darüber hinaus auch noch von einer eigenen Angestellten bestohlen, was Jessica tief schockierte. Diese schlechten Erinnerungen wollen die Eltern der kleinen Hailey Sue nun hinter sich lassen. In ihrer Instagram-Story verabschiedete Jessica sich jetzt von dem Haus. Bye bye, du wunderschönes Haus. Danke für die wundervolle Zeit. Der Abschied fällt Jessica schwer, denn sie habe an dem Haus sehr gehangen. Trotzdem will sie jetzt positiv in die Zukunft blicken und die guten Erinnerungen behalten. Egal, was uns Schlechtes widerfahren ist, wir sind dankbar für die tollsten Momente.